Musik Wir befinden uns hier am Gelände des neu errichteten Wohnprojekts Brut-Bressbaum. Mein Name ist Johanna Leutberg, ich bin die Sprecherin des Vereins. Wir haben unser Projekt 2018 fertiggestellt und wohnen hier jetzt seit gut einem Jahr. Unser Projekt besteht aus elf Gebäuden und eines davon ist das Gemeinschaftshaus, vor dem ich mich jetzt befinde. Wir haben uns bemüht, sehr ökologisch zu bauen. Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Das betrifft einerseits die Energieeffizienz, niedrigsten Energiestandard, aber auch die Haustechnik. Wir haben eine Biomasse-Fernwärmeanlage, Photovoltaik, Solarthermie. Im letzten Jahr hat sich schon gezeigt, dass es hier vor unserem Gemeinschaftshaus viel zu heiß ist. Ohne Beschattung geht also gar nichts. Wir haben deshalb geplant, eine Bergola zu errichten. Die Bergola soll beschatten, soll bewachsen werden mit Pflanzen, sodass darunter ein freundlicher, kühler Ort entsteht, wo man sich gern aufhält. Und auch der Raum dahinter, da befindet sich nämlich unser Gemeinschaftsraum, wird sehr gewinnen durch diese Maßnahme, weil es auch dort nicht mehr so heit wird und die sommerliche Bewärmung gemildert wird.